Servus Leute, hier wieder euer Bavarian Techie und hier die Herausforderung. Kriegsherausforderung, erhalte einen gewöhnlichen Gegenstand aus einem Verkaufsautomaten in Suchen und Zerstören Matches. Insgesamt hier, Phase 1 von 5 müsst ihr hier einmal erledigen, 4 weitere Phasen folgen noch. Ich zeige euch natürlich wieder, wie ihr das Ganze hier am einfachsten, am schnellsten lösen könnt. Ist eine Liebe und Kriegherausforderung und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich im Match. Ja Leute, ich bin jetzt hier gerade im Match und hier seht ihr auch schon in Grau ein gewöhnlicher Gegenstand. Hier Grau hinterlegt für 50 Münzen, Goldmünzen seht ihr hier rechts, habe ich sogar eh gerade 50, kann ich mir gleich kaufen. Hier Mission 1 von 5 erfüllt, hier sind dann noch ungewöhnliche Gegenstände, Blau sind seltene Gegenstände. Hier würde ich euch allerdings die Stinkbomben empfehlen, die kosten nicht so viel. Und dann gibt es hier noch Violets, epische und Gold legendäre Gegenstände. Wichtig ist halt, dass ihr genug Goldmünzen dafür sammelt, seht ihr hier jetzt rechts aktuell inzwischen auf 0. Diese Münzen sammelt ihr entweder, indem euer Team gewinnt, indem ihr Eliminierungen erzielt oder hier jetzt meine Aufgabe gerade, indem ihr eine Bombe platziert. Oder halt, wenn ihr blau seid, eine Bombe entschärft. All das bringt euch zusätzliche Extra-Münzen und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wird mir natürlich mega über ein Like und Abo freuen. Und auch gern, werdet ihr bei den nächsten Videos wieder einschaltet. Bis dahin, euer Barbara Tecki. Ciao, ciao.